Reck kommt. Läuft? Ja, Reck mit rotem Strich. Ja, rot. Also zuerst möchte ich mich mal bedanken bei allen den Schweinenhunden, die mich nominiert haben für die Scheiße da. Und dass ihr seht, dass ich nicht scheiße, kommt jetzt noch reichlich heiß rein, dass ich mir dann gleich rüberkippe, über die Ferne. Und nominieren möchte ich meinen Weggefährten in Dietrich von Langheim, dann unsere geliebte Ente, Alexander Seibold alias Joe Warchel und die Nadja Korski, wo sie ja so schelmisch gefreut hat, dass sie mich erwischt hat. Viel Spaß dabei. Sie ist lecker aus. Ich fühle mich auch lecker. Dann schau, schau.